Moin, moin, meine Freunde, nach dem Wochenstart von gestern, der ja absolut krass war, wir waren immer noch Tagesbester, also es hat keiner mehr geschafft, müssen wir uns heute wieder konzentrieren, auch wenn ich eigentlich absolut keinen Bock auf Bomben meine habe, aber Izzy ist da, wir müssen eine Doktorarbeit schreiben, wir gehen rein, viel Spaß. Ja, so sieht es aus, wir gehen mal kurz hier rein, also Ace hat einfach heute 20 gemacht, wenn wir auch 20 machen, wären wir einfach für der Erste. Oh, die Prinzen stehen gar nicht so schlecht, ich würde links den Baby spielen, damit die eine Mauer schon mal offen ist, dann einen Retreat und dann rein, und dann drei Riesen zu beenden wahrscheinlich. Ja, reicht aber trotzdem, oder nicht? Babys würde ich sagen, den Pekka retweeten, so und dann die Riesen spielen. Sind zwar hier Riesen, aber die bringen uns eh nicht ganz viel. Pekka? Wir müssen nur, äh, ja, geht so, ne? Wir müssen mit allen Babys reingehen, ja. Vor und Leidens würde ich sagen. Pekka? Bobminer? Dann machen wir hier zwei Bobminer und dann arbeiten wir noch mit Pekka. So, dann, äh, perfekt, brauchen wir eigentlich Bombenmeiner in der zweiten und in der dritten. Ich hoffentlich jetzt nicht eins mehr in der anderen. Bombenmeiner? Dann ein Baby oder ein Riesen? Ein Baby, dann haben wir die Riesen auch vernünftig. Ach, das Skill, äh, die Rune hat uns komplett alles kaputt gemacht. Ist auch okay, so ist auch okay. Ne, so ist kompletter Schmutz, Digga. So haben wir, so weniger, weniger Value können wir gar nicht haben. Auf der dritten Lane haben wir jetzt keine Value mehr, weil da das Skillet steht. Und auf der zweiten haben wir gar keine mehr. Oh, ist doch gut. Ja, ja, ist gut. Riese. Bombenmeiner sind, glaube ich, auch. Oh, müssen wir jetzt Bombenmeiner nehmen wieder? Wir können Dolby's nehmen. Okay. Weil zu viele Bombenmeiner... Ja, fangen wir mit Bombenmeiner an, haben die Stage quasi fertig. Und der X-Bow wird auch mit ein bisschen Leben. Aber das passt. Äh, ja, dann können wir doch einfach wieder zwei Bombenmeiner spielen, oder nicht? Ein Packer und ein Bombenmeiner. Ja, können wir machen. Mein nächster. Ja, Bombenmeiner. Die Rune nervt mich. Ja. Ey, wir haben nie Bombenmeiner auf der Lane, wo wir sie brauchen, ne? Nie. Ich würde sagen, hier drauf worketten, dann ein Bombenmeiner rechts. Das ist schon Schmutz. Ich will schon mal, ob ein BB reicht. Ne, hauptsächlich nicht. Ich hab keine Lust mehr. Ah, wir fassen wir auf. Bombenmeiner, aber... Bombenmeiner. Ja, Mann, wir haben jetzt mit dem Baby auf die andere Lane gebraucht. Das ist wirklich nur schlecht, Alter. Oder ganz vorne ist vielleicht der eine X-Bow noch ein bisschen Leben. Wäre ja auch komisch, wenn bei uns mal irgendwas kaputt geht. Oh, jetzt, wo eigentlich X-Bow steht. Super. Bombenmeiner. Ach. Ja, ein Packer zum Auslösen. Das passt schon. Ja, das überlebt auch noch. Ja, ja. Das ist ein bisschen Wasser. Und dann setzt sich das Skelett mal sehen. Das setzt sich irgendwo, wo wir es nicht brauchen können. Ah, das ist ja voll viel Spunt. Aber das ist nicht so schlimm. Obwohl, es ist ja egal, wenn die sterben. Ja, also Weltstrengen, ja. Und dann hat noch der, ähm... ...X-Bow da, dieser ganz große. Aber auf den können wir Packer spielen. Ja. Oder zwei Packer, zwei. Oh, es bleibt, oh, es ist cool, es bleiben sogar zwei X-Bows, Digga. Egal, es ist gleich zum Glück Feierabend. Ja, es geht frei hin, ungezählter Sack, Digga. Neckten. Ach, guck mal, jetzt schläft der Bombenmeiner auch noch. Ja, aber zwar auch nicht, ich konnte den nicht retten. Pekka, raus. Was ist ja? Raus mit den Viechers. Wir müssen, glaube ich. Ja, der ist gut. Ja, so ist auch gut, Pekka. Oh, ja, bitte passt auch. Oh, Digga, ist... Oh, Pekka. Woh, 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 Pekka, nehmen wir. Babies. Die gehen, gehen wir so rein. Ja, der Linkste und Bombenmeiner vielleicht. Bin oder rechts. Ui, wir können auch einfach... Wir spielen am 8, wenn am 8, Sack ist. Da kam Smartessen. Ja, hätten wir mal Pekka gespielt. Nee, da hätten wir immer noch ein ganz volles Recht mit Pekka. Jetzt, wir müssen Babies nehmen, aber die sind gar nicht so bad. Junge, das sind die kranken X-Bögen. Wenn wir Babies spielen, müssen wir trotzdem Pekka spielen. Wir haben ja, links kriegen wir ja keine Babies. Was bringt das? Ja, links können wir einfach einen Bombenmeiner spielen. Und dann sind wir fertig. Auf der linken Seite, das ist nur 1,4. Ja, aber wir können uns doch Pekka safen, oder? Retreats. Den. Ja, da haben wir einen Bombenmeiner. Nee, Pekka Frontline. So, mehr können wir nicht safen. Du kannst noch einen safen? Ja, ja, einen kann er noch safen. Achso, Frontline. Der Bombenmeiner hat nochmal. Achso, ein Retreat einfach. Ja, stimmt. Oder ein Frontline von Bombenmeiner. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Bombenmeiner nicht mag? Ja. Alle im Chat schreiben Pekka. Bombenmeiner, außer Terror, der sagt Bombenmeiner. Das reicht doch niemals. Niemals. Stirbt ein Pekka? Keine Ahnung, sehen wir dann. Könnte sein. Ja, okay, reicht. Ich bin ein Rocket und ein Bombenmeiner. Ich denke, Bombenmeiner. Dann holen wir uns hier aus dem Barracks kurz Pekka. Oder irgendwas anderes. Ja, nehmen wir Pekka. Und dann machen wir vorne mit Pekka. Oder alle Pekka zusammen. Oder nehmen wir alle Pekka zusammen. So, wir müssen die Sachen, die nicht wanted sind, Können wir aber probieren. Ich muss mal noch die Hütte rocketten. Ja, den Bombenmeiner dazwischen. Zack. Zack. Ah, schade. Hat sich gar nicht gelohnt. Ja, aber er hätte nicht... Ja, stimmt, doch. Hat sich gelohnt. Ich glaube, auch alle Rockets weg. Pekka, bring einfach geschadte Bombenmeiner was. Die beide Hütte auch rocketten. So, und jetzt kann ich so machen, dass die passen. Und ich denke, die hier. Dann reicht's schon. Ja, ja. Den musst du noch rocketten. Und danach wirst du... Müssen wir durch sein. Nein, nein, nein. Nee. Der Ding wird auf jeden Fall überleben. Der X-Bow in der ersten Lane. Einen Rocket machen wir dann danach drauf. Auf dem X-Bow in der ersten Lane, der ist 4400 HP. Ja, reicht das? Oder müssen wir zweimal die Kanone rocketten? Ich glaube, zweimal Kanone ist smarter. Dann reicht's safe. Mach mal. Ich bringe jetzt Rockets nach. So war ich safe. Könnte sein, dass ein Pekka stirbt, oder? Nee. Nee. So, dann nehmen wir jetzt aber Pekka-Wayfill, ne? Würde ich sagen. Wenn er kommt. Fünfer. Auf jeden Fall. Ja. Sag ich ja, Fünfer. Den hinteren müssen wir eh rocketten. So, jetzt den Print. Also, eigentlich haben wir eh mehr wegen, weil wir die Mauer aufmachen. Also, wir brauchen gar nicht die anderen Pekka dazu. Meinst du? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der eine ist ja unten. Dann nehmen wir noch mal fünf Pekka, würde ich sagen, oder? Ja. Scheiße. Das ist jetzt brutale Bond-Miner-Stage. Dann nehmen wir fünf Pekka nochmal. Ja. Wieder ein Prinz gleich. Aber erst zaubern wir uns Duels. Warte, ich mach schnell auf. Egal. Ich hab keinen Bock aufzumachen. Doch, hätte gereicht. Ja, 3000. Ja, hätte gereicht. Braucht ihr eh überall zwei Hits, hätte gereicht. Fünf Bond-Miner. Hm, Frontline. Ich hab doch hier nochmal Bücher. Bond-Miner. Safe. Safe. Müssen wir. Vielleicht sogar auch die andere Kanone. Wofür? In der dritten Lane. In der dritten Lane. Meinst du, müssen wir? Nee, das Problem ist der, wenn der... Ach, keine Ahnung. Nein, der da hinten, der stirbt eh. Bei der, du musst dir vorstellen, er tut... Äh, der hat 6500 Leben. Der stirbt eh. Jetzt die Frage ist... Das reicht nicht. Das hier stirbt nicht. Safe. Ich sag, das reicht nicht. Ich sterben. Reicht nicht. Ich sterbe. Ich sterbe. Siehst du? Hm, Schmutz. Erster. Also, ich bin ehrlich, auch wenn ich Erster bin, die Bond-Miner machen keinen Spaß. Ja, meine Freunde, gut, dass Izzy dabei war. Ohne Izzy wäre ich die Liga, glaube ich, nach Stage 5 gelieft, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also, ein Bond-Miner ist einfach die Katastrophe schlechthin. Naja, ich hoffe, euch hat es einigermaßen verfallen. Äh, verfallen? Gefallen. Ach, egal. Ich bin sogar zu was von Abmoderation. Ach, ich wünsche euch was, Freunde. Bye, bye. Euer Psy. Bis morgen. Bis morgen.